Wer nicht immer Volksküge bleiben müssen, das ist eine sehr interessante Mannschaft hier. Vor allem viel zu wenig gesendet hat ich hier, dass wir dann von dir auch daheim kommen. Ich weiß vielleicht irgendwann in diesem Programm einen Tatort, jetzt sind wir noch ein Beispiel. Schauer überschiebt sich, obwohl das auch der Leben hat. Schauer überschiebt sich vielleicht der Mannschaft. Kommissar Woloski hätte ich jetzt bei der Bibel gehabt. Axel Mildag, Sie dürfen Tretar schreiten. Ich hoffe, Sie machen alles richtig, was wir jetzt nicht tun müssen. Sie wissen, wie man das jetzt macht, ich kann Ihnen da nicht mehr helfen, dass Sie jetzt hier wieder, ne? Gut, Fagner schreiten wir total. Also, das Anglasen, das Traditionelle mit Axel Mildag. Es geht los, ja, es fängt an. Ja, er fängt an jetzt. Die Hallo Kiel, ich grüße auch unsere Gäste von nah und fern. Ich grüße Sie alle sehr herzlich. Geht Ihnen gut? Sehen Sie in Feierlaune? In wenigen Minuten startet der fröste Sommerfest Nordeuropas mit einem beeindruckenden Programm. Ich bin richtig stolz und froh, als Stadtpräsident in diesem tollen Stadt zu repräsentieren und an ihrer Weiterentwicklung mitzuarbeiten. Jedes Jahr von Neuem arbeiten zahllose Menschen in diesem tollen Feierlauropa-Programm. 2.000 Veranstaltungen gibt es diesmal, 300 Musikruppen sind in der Stadt. Das ist eine großartige Leistung. Ich danke jedem und jeder Einzelnen für diesen Einsatz. Vor uns liegen ein Sommerfest, der superative und liebe Regenarten der Welt hat. Ich freue mich mit Ihnen auf die längste Woche der Welt mit neun Tagen Vollart, Kultur, Kleinkunst, Sport, Wissenschaft und natürlich, wie du sagst, ganz viel Musik. Vor zwei Wochen feierten wir hier zusammen mit 25.000 Zuschauern unserer Handballer. Wir haben es immer gewusst, aber wir haben es noch nicht gesagt. Wir sind nicht nur die Welthauptstadt des Regens, sondern wir sind die Welthauptstadt des Handballs. So haben Sie die besten und friedlichsten Fans der Welt. Denken Sie daran, wenn wir die Handballer feiern, dann brauchen wir gerade mal zehn Polizisten, um nach dem Rechten zu sehen. So möchten wir jetzt weiterfeiern. Friedlich und früh in Freundschaft mit unseren Gästen aus 60 Nationen. Und I welcome all our Gäste from all over the world. Beiern Sie, amüchieren Sie sich, aber nicht zu doll. Alles Gute. Beiern Sie, amüchieren Sie sich, aber nicht zu doll. So ist das hier. So ist das hier. Und was ist das hier, hat, dass die Kinder da wiedersehen und ihren Unruf deutlich machen. Aber ich sage Ihnen auch, es ist die notwendig, dass wir hier nicht mehr so, wie heute die Zukunft zu hören. Und ich bin ja leiser, in einem Land haben, das hier jetzt viel Raum auch in der Finanzpolitik, Ich glaube, das ist eine notwendige Aufgabe für die jungen Menschen, für unsere Sänger, dass ihnen die Zukunft nie abgeschmissen wird. Sehr viele Spielerinnen und Spieler, es gibt viele große Späte in Deutschland, dann auch proberend, in München, die Kanzler der Basen in Stuttgart, der Dom in Hamburg, aber für Spielerinnen und Spieler ist es nur eine Spielerwoche. Eine Spielerwoche, die geführt wird mit den sportlichen mitgrenzenden Gegnern, hier ist in der City, die geführt wird mit übrigen Veranstaltungen und die geführt wird natürlich mit einem Vollstück. Und jedes Jahr freuen wir uns auf die letzte Vollstück in die Juniwoche, damit wir zusätzlich die Woche eröffnen können. Liebe Achtung, liebe Sie, Sie haben das Anlagen gemacht, Die Uhrzeit wird mit jedem Laden und ich werde jetzt das Philbomisch anweschen und lange loslassen. Und wir besetzen aus Eilmund. Die Eilmund. Die Eilmund. Und ich werde jetzt eröffnen. Und damit ist es. Wir freuen uns auf neue Kamilfahler, die überhaupt nicht friedlich oder richtig gut gelaufen feiern können. Und damit kann es ein Flogen geben. Ein Dankeschön an die Herrschaften aus der Stadt und Land für Jörg im Jahr. Und damit sind Sie entlassen. Dankeschön. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss. So, liebe Gäste hier aus der Wiederwoche, nach diesem hochoffiziellen Part geht es jetzt gar nicht hochoffiziell weiter. Wir freuen uns selbst, dass ein Mann es wieder einmal geschafft hat.